Neue Audio Mindmap zur Blutgasanalyse. Schauen Sie mal rein. Das meiste hier sehen Sie es auf Kenntnisprüfungsniveau und hier ein relativ umfangreiches Schema, wie Sie, deshalb hier dieses kleine Einhorn, weil das relativ originell ist, wie Sie in einfachen Schritten vom Laborbefund zum Befund kommen, handelt es sich nun um eine metabolische oder respiratorische Azidose oder Alkalose und ist das Ganze kompensiert oder dekontaktiert. Das finden Sie hier mit Audios neu und ist entstanden als Folge und Reaktion auf eine Kenntnisprüfungs-Live-Session, die wir gerade hatten. Und diese Frage kam also immer wieder und ist für manche doch schwierig, sich das zu merken. Und hier haben Sie nochmal die Übersicht zusammen. Ich hoffe, das macht Ihnen Spaß. Finden Sie bei den Audio Mindmaps oder auch im Kenntnisprüfungskurs, eins von beiden.